In diesem Video begeben wir uns auf eine aufregende Reise durch die Tierwelt, um die Top 5 der kuriosesten Tiere zu entdecken. Lasst uns beginnen mit Nummer 5. Auf Platz 5 haben wir das faszinierende Ei-Ei. Dieser seltsam aussehende Primat hat einen langen Finger, den er zum Jagen von Insekten unter Baumrinde benutzt. Aber welches Tier wird Platz 4 einnehmen? Platz 4 gebührt dem außergewöhnlichen Blobfisch. Mit seinem wabbeligen Aussehen und seiner Anpassung an die Tiefsee ist er wahrlich ein Meister der Kuriositäten. Lasst uns herausfinden, welches Tier Platz 3 verdient. Platz 3 gehört dem geheimnisvollen Okapi. Dieses Waldtier hat Zebrastreifen an den Beinen und ist ein wahrer Waldbewohner. Doch jetzt wird es wirklich spannend. Welches Tier erreicht Platz 2? Auf Platz 2 haben wir das unglaubliche Schnabeltier. Es legt Eier, hat einen Entenschnabel und einen Biberschwanz. Eine wahrhaftige Kuriosität. Doch bevor wir Platz 1 enthüllen, werfen wir einen Blick auf eine besondere Erwähnung. Die ehrenvolle Erwähnung geht an den seltenen Kakapo. Dieser flugunfähige Papagei ist äußerst neugierig und eine der seltensten Vogelarten der Welt. Aber jetzt, ohne weitere Verzögerung, werden wir Platz 1 enthüllen. Und auf Platz 1 der kuriosesten Tiere haben wir das bezaubernde Axolotl. Diese faszinierenden amphibischen Tiere bleiben zeitlebens im Larvenstadium und haben erstaunliche Regenerationsfähigkeiten. Das war unser Top 5 Ranking der kuriosesten Tiere. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr über die Tierwelt erfahren möchtest, vergesse nicht zu abonnieren und den Like-Button zu drücken. Bis zum nächsten Mal und bleibe neugierig!